Ich glaube auf dem Dropschirm ist kein einziger gelandet. Wirklich keine Sau. Die sind alle drüber geflogen. Zumindest sehe ich keinen, der darauf endet. Und einen größeren Rucksack. Das wäre doch super. Äh, Gegner. Och nö. Äh, wir sind Portal. Oh, wir müssen rein. Oh, dass die immer so weit gesplittet sind, ey. Ist ja übel nervig. Über euch noch einer drin, ne? Eigentlich. Da habe ich Steps gehört. Oder ist einfach rausgerannt. Mehr so nicht. Easy. Oh, Snoke, dann nehme ich dich. Wir müssen irgendwie uns nicht bewegen. Ja, geht. Nö, 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 nö. Die müssen wir aber auch bewegen. diesen draußen sind aber mindestens zwei eigentlich ja die rennen weg nach hinten rennen halt immer noch weg das ist hell holy shit das problem ist dass wir sie in die eier holen wenn wir einfach so laufen ja sie rennen halt immer noch weg ist wieder nach hinten weg gelaufen links von uns hier ist weggerannt das ist ja ultra nervig das ist das gut das ding sofort weg ja irgendwie das weg brauche ich den ganzen den schafft ich hab ja auch den helmen an den helmen habe ich schon gehabt das ist ja auch noch weggejoinkt dann werde ich ihn auch noch weggejoinkt war schon dran ja wow bingo ich hab's gesehen es aufgeht drei bodyarmors ja level 1 ist das knappe das problem vor allem dabei bodyarmor level 1 dreimal ich hab immer noch einen schaft eigentlich ich hätte gern immer noch einen schaft ups ich hab mir vorhin noch in den rucksack gejoinkt deswegen kann ich jetzt mehr shit tragen geil ich hab mir die ammo alles meine ammo ich bin jetzt nicht einmal mit der fucking devotion geschossen ne unser legend wizard hat nicht mal volle schilder wizard shield up mate wird fast den typen noch looten gehen den wir dort vorhin gekillt haben tatsächlich ich auch und wir kriegen den kerb auf die nase wirklich ins gesicht und ich ich von uns woher erlaubt hier um alter schrecklich so ist gestresst ein bisschen da kommt der erdschot noch mit sicherheit gleich jede menge leute er wird schon geschossen auf unseren mate da von da oben oder von hinten auf dich wohl doch geschossen machen oder nicht nee ok konnten point gehört ich hab's auch gehört ich hab's auch gehört das fand ich auch nicht hier ist ne kraber dran ja doch von da oben und von hinten und von hinten und what Hilfe ich brauche Deckung also waren wir zwei seiten die uns schön jetzt hier an gedumst haben nova halli hallo willst du noch mitspielen wir haben noch einen platz frei das war beim bussen der sind plant herüber ja aber ich weiß nicht was ich da so tun soll so wie man bis das funktioniert ich habe meinen gas oben drauf getroffen er muss von da oben auf jeden fall runter wir sind immer noch im kreis sehr schön vielleicht auch die kreiber nehmen so ein faktisch hat die fucking devotion wo sind die anderen umränglich hinzielen die haben wir doch auch eine ekelhafte pose holy moly ein genockt ich habe 100 damage inflicted auf den lassen mich die doch pushen man hätte mich ja nicht pushen da warum seid ihr jetzt alle bei mir ich wollte hier so schön ein bisschen flanken also sind wir alle wieder auf dem haufen da ist rechts noch neben dir jemanden ja nicht mehr viel noch der baum lassen wir richtung zur u-zone gehen das hat weh ich habe keine schildzeug mehr ich habe noch kleine schildzeugen ich habe es doch hingelegt hast du gesehen die sind hier schon ich habe mich fertig wenn du mal hinter mir stehst das war der letzte von dem die in den denkst du die ungekehrten die zogen die entschuldigen die die den die in der die 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 ich renne rüber ich renne rüber ein bisschen näher ran für meine gas traps sehr gut als die letzten beiden ich glaube die nette ist gut ein genockt noch ein genockt ich treffe sie halt nicht nur noch muss mich mal kurz zu holen von hinten hinten immer noch aus der zone hier kommt jemand muss superlau sein fänden fisch mich hört sie jawohl der fängt ja mich zu finischen ja das war eine schöne runde